Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen in der Hexenküche. Da Olivenöl zur Zeit echt teuer ist, können wir einfach mit günstigem Alkohol, wie zum Beispiel Wodka, eine Tinktur herstellen. Dafür eignen sich sehr viele Kräuter- und Heilpflanzen, je nachdem für welchen Zweck wir die Tinktur ansetzen wollen. Für die innerliche Anwendung kann man die Tinktur einfach später pur oder auch im Wasserglas oder vermischt mit Tee einnehmen. Man kann aber auch zum Beispiel mit so einem Roll-on-Aufsatz die Tinktur zum Einreiben auf der Haut benutzen. Für einen wirksamen Auszug eignet sich bei den meisten Heilpflanzen schon ein Alkohol von 40%. Dabei sollte man klaren Alkohol nehmen, zum Beispiel Wodka. Für Ölauszüge oder auch das Ansetzen von Tinkturen sammle ich gerne solche Schraubgläser in verschiedenen Größen. Wenn man getrocknete Kräuter nutzen möchte, würde ich das Glas halb füllen. Bei frischen Kräutern würde ich etwas mehr nehmen und es fast voll machen, da da der Wasseranteil noch höher ist. Und dann gibt man so viel von dem klaren Alkohol in das Schraubglas, dass alle Pflanzenteile gut bedeckt sind. Ich habe das hier schon einmal mit dem Salbei gemacht und auch mit der Kamille. Das Ganze lässt man in etwa drei Wochen an einem schattigen bzw. dunklen Ort ziehen. Und wichtig dabei ist, das täglich einmal gut zu schütteln. Das vermeidet Schimmelbildung, falls jedoch noch Pflanzenteile oben herausschauen. Danach wird die Flüssigkeit einfach abgefiltert, zum Beispiel durch so einen Kaffeefilter oder auch durch ein feines Leinentuch. Und dann eignet es sich, das Ganze mit so einem kleinen Trichter in so kleine Braunglasflaschen abzufüllen. Dabei gibt es verschiedene Versionen, eben mit Pipette oder so einem Roll-on-Aufsatz. Ich habe hier vom letzten Jahr noch eine Schafgabentinktur. Spitzwegerich hatte ich letztes Jahr auch angesetzt. Und dieses Jahr ist eben die Kamille dran und auch der Salbei. Je nachdem, welche Kräuter man nutzt, kann man sie natürlich ganz unterschiedlich anwenden. So kann man die Kamilletinktur zum Beispiel einnehmen, pur oder tropfenweise ins Wasserglas geben, wenn man Verdauungsprobleme hat oder auch Krämpfe, zum Beispiel auch bei Menstruationsproblemen. Äußerlich würde ich sie nutzen bei Insektenstichen, aber auch bei Wunden und Entzündungen der Haut. In meinem Buch erkläre ich nicht nur, wie man Tinkturen herstellt, sondern hier gibt es vielfältige Anwendungsmöglichkeiten der Heilpflanzen und Kräuter, die wir entweder selbst anbauen können oder die wir auch frei in der Natur sammeln können. Oh, und weil ich hier gerade die Ringelblume lese, ich glaube, das wäre die Pflanze für meine nächste Tinktur. Aus welchen Pflanzen stellt ihr denn eure Tinkturen her? Und wofür nutzt ihr sie? Schreibt es mir doch sehr gerne in die Kommentare. Ja, ihr Lieben, ich gehe jetzt mal Wodka kaufen und euch wünsche ich eine gute Zeit im Grünen und bis zum nächsten Video. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.